Ketogene Ernährung, die Top 10 Low Carb Asiatischen Gerichte Wer sich für eine ketogene Ernährung entschieden hat, der kommt meist nach einer Weile zu dem Punkt, an dem sich Speisen permanent wiederholen. Falls dir das zu langweilig ist und du gerne ein paar neue asiatische Geschmacksrichtungen in deinen Low Carb Ernährungsplan integrieren möchtest, dann schau dir dieses Video an. Die asiatische Küche bietet eine Vielzahl an gesunden Speisen. Sie eignet sich wunderbar für eine Low Carb Ernährung, wenn man die zuckerhaltigen Lebensmittel austauscht. Die in diesem Video vorgestellten Rezepte haben wir so zusammengestellt, dass du sie auch unbedenklich in deinem Keto Ernährungsplan integrieren kannst. Die Rezeptlinks findest du mit den genauen Nährwerteingaben unter diesem Video. So, und jetzt geht's los mit unseren 10 köstlichen Asia-Rezeptideen. Top 1 Chinesische Eierstichsuppe Top 2 Lungkohlreis-Gemüsesushi Top 3 Chinakohl-Kimchi-Salat Top 4 Zitronengras-Kokossuppe mit Hühnerstückchen Top 5 Thai-Hühnerspieße mit Erdnussbutter Top 6 Mongolisches Rindfleisch Top 7 Sojalachs Top 8 Asiatische Eierrolle Top 9 Schweinefleisch süßsauer Top 10 Cashew-Hühnchen mit Ginger-Pak-Choy Probier doch einige Rezepte aus und schreib uns in den Kommentaren, ob dir unsere asiatischen Rezeptideen gefallen haben. Über einen Daumen hoch für unser Video würden wir uns riesig freuen. Abonnier unseren Kanal, wenn du mehr Ideen für deinen Ernährungsplan bekommen möchtest. Top 10 Cashew-Hühnchen